Wow, was für ein Bild von hier oben und mit dem Applaus, den meine beiden Vorredner gekriegt haben in den Ohren, kann ich nur sagen, ich freue mich auf den 27. März. Liebe Freundinnen und Freunde einer ökologischen und sozialen Zukunft, dieses Land hat etwas Besseres verdient wie Mappus, Koni und seine Bande. Und ich meine das gar nicht lustig. Man muss sich doch nur mal überlegen, was in 57 Jahren CDU in diesem Lande zusammengewachsen ist, was in einer Demokratie nicht zusammengehört. Und deswegen passend zu unserem Motto, es wird Zeit, dass wir diesen Laden und dieses Land ausmisten. Und dass dies nach fast 60 Jahren jetzt endlich möglich ist, liegt an unserem hartnäckigen und massenhaften Widerstand und darauf können wir alle stolz sein. Mir fällt auf, je näher und je weniger Tage Mappus und Co. bleiben, desto öfter reden sie von Zukunft. Wir wissen, dass es ihnen im Ende nur um ihre eigene Zukunft geht und wir fragen uns auch, was soll das tatsächlich für ein Fortschritt sein, den sie da ständig behaupten. Was ist das für ein Fortschritt, wenn man mit dem Milliardenaufwand, den pünktlichsten Bahnhof Deutschland zerstört und einen neuen baut, der unkomfortabler, unsicherer und weniger störungsfrei sein wird, wie der heutige und nach zehn Jahren Baustelle dann vielleicht gerade mal zwei Züge mehr hinkriegt. Liebe Freundinnen und Freunde, was soll das für ein Fortschritt sein, wenn für wenige Menschen vielleicht ein bisschen schneller von Ulm nach Stuttgart kommen, aber dann dafür Milliarden für den Ausbau im ganzen Land, in der Fläche, für den Schienenverkehr fehlen. Was soll das für ein Fortschritt sein, wenn wir Milliarden in Tunnel und Beton investieren, aber dann nichts mehr übrig haben, für Kultur, Bildung und solidarisches Miteinander. Was soll das für eine Zukunft sein, in der wir mit den alten Ideen aus dem letzten Jahrtausend, mit dem Gerede von höher, schneller, weiter und immer mehr Wachstum, die Natur zerstören, das Weltklima so anheizen, dass für die zukünftigen Generationen das Überleben und vor allem das glückliche Leben schier unmöglich seit ist wird. Und all das, liebe Freundinnen und Freunde, für eine Zukunft, von der wir heute schon einen Vorgeschmack kriegen, in der alle Vernunft der Bürgerinnen und Bürger und alle Kritik im Notfall mit dem Wasserwerfer und dem Polizeiknüppel ausgetrieben wird, damit diejenigen, die davon, von dieser Zerstörung weiter profitieren, weiter ihr Geld scheffeln können. Gegen so eine Politik, gegen so eine Politik, die die Bürgerinnen und Bürger bei jeder Möglichkeit der demokratischen Mitgestaltung beraubt, ist Widerstand nicht nur legitim, sondern notwendig. Und wenn die den Bau- und Vergabestopp nicht selber machen, dann müssen wir zumindest den Baustopp selber machen. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, will ich auch nochmal ein Dank sagen an all diejenigen, die auch im Notfall in ihrem friedlichen, zivilen Ungehorsam die Konsequenz auf sich nehmen, dass der Rechtsstaat um sich knüppelt oder sie bestraft. Und ich war begeistert, Ich war begeistert, als dann Anfang Februar an dieser Nacht, als die Baumentfernungsaktionen am Nordflügel gestartet haben, gestartet haben. Mehrere hundert Leute die ganze Nacht während der ganzen Kälte ausgehalten haben, um diesen schwachsinnigen Wahlkampf-Gag zu verhindern, zumindest zu verzögern und zu blockieren. Und das ist gut so, denn jeder weiß, mit der Geschwindigkeit und Brutalität, wie hier Bäume umgepflanzt wurden, sind die Überlebenschancen der Bäume so gering. Und wenn auch nur vielleicht ein, zwei, drei davon überlegen, an diesem Tag ist klar geworden, mit den großen Bäumen, die im Park noch stehen, dank unseres Widerstandes, ist eine Verpflanzung nicht möglich. Und deswegen müssen wir weitermachen mit unserem friedlichen Widerstand und notfalls uns auch solidarisch und gemeinsam den Segen und Baggern in den Weg stellen. Das letzte Jahr, das letzte Jahr hat uns gezeigt, dass es nicht reicht, alle vier Jahre das Kreuzchen zu machen und dann das Maul zu halten. Demokratie lernt man nicht allein an der Wahlurne, sondern nur, wenn man sie selber, wie wir es hier machen in Stuttgart und damit das ganze Land begeistern, wenn man sie selber mit in die Hand nimmt. Und deswegen, wählen ist wichtig und notwendig, aber wählen ist nicht genug, auch wenn Frau Merkel das so will und die Wahl zum Volksentscheid erklärt. Wir wollen eine direkte, demokratische Entscheidung über den Milliardenschwachst in Stuttgart 21, hier in Stuttgart und in der Region und über die Neubaustrecke im ganzen Land. Wir haben im letzten Jahr gelernt, die Zukunft hängt nicht alleine von einem Ministerpräsidenten oder einer Regierung ab, sondern schlussendlich liegt die Zukunft in uns selber. Es sind unsere Ideen, unsere Kreativität, unser Wissen und Können, unsere Solidarität und Kraft, die dieses Land voranbringen. Wir Bürgerinnen und Bürger sind die Zukunft dieses Landes. Lasst uns aber diese Wahl nützen, dieses Wissen und diesen Geist ins ganze Land hinauszutragen. Denn es ist wichtig, dass überall vor Ort dieser Widerstand weitergeht, informiert und für oben bleiben kämpft. Denn im Land draußen, da wird die Wahl und die Zukunft dieses Landes entschieden. die Wahlkrieg sind. Deswegen helfen Sie alle mit, vor Ort sich zu vernetzen, sich zu informieren und vielleicht melden Sie sich auch nochmal bei parkschützer.de an, vernetzen Sie sich mit den Wahlkreisen dort, nehmen heute richtig viel Material mit, zumindest um alle Nachbarn, Freunde und Bekannte davon zu überzeugen, dass unser Widerstand richtig ist, dass wir im Recht sind und dass K21 die bessere und sinnvollere Alternative für die Zukunft ist. Diese Landtagswahl ist eine wichtige Etappe in unserem Widerstand. Aber wir hier haben begriffen, dass wir Bürgerinnen und Bürger der Souverän in diesem Land sind. Und dann sind wir auch so selbstbewusst zu sagen, es ist schließlich endlich egal, wer unter uns regiert. Und vor uns liegt noch ein heißer Herbst, ein noch heißerer Sommer. Und wir machen unseren Widerstand so lange weiter, bis der Schwachsinn Stuttgart 21 endlich vom Tisch ist. Und wir machen die Bahn frei für den Bahnhof mit Vernunft und für ein Land mit Zukunft. Es ist unsere Zukunft. Oben bleiben! Vielen Dank!